Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, auch die kleinen Dinge zu genießen. Einfach mal barfuß über die Wiese laufen oder auch nur im Bach planschen. Einfach und gut, direkt vor der Haustür. Es gibt so vieles, was die Kleinen zum ersten Mal entdecken, sich Zeit nehmen, im eigenen Tempo leben. Milupa